Musik Herzlich Willkommen bei Ohne Filter Extra. Es könnte durchaus sein, dass Sie heute Abend einen neuen Star für Ihre Rhythm & Blues Plattensammlung entdecken. David McClinton. Noch nie gehört? Machen Sie nichts draus. Er war das letzte Mal 1961 in Europa. In Amerika aber ist er bekannt. Er zählt dort wohl mit zu einem der besten weißen Rhythm & Blues Sänger. Er arbeitet viel in den Vereinigten Staaten, über 200 Konzerte pro Jahr. Und wie uns sein Roadmanager verraten hat, ist er in acht Jahren nur ein einziges Mal wegen Krankheit ausgefallen. Er singt nicht nur toll, er spielt auch eine verdammt gute Blues Harp. Und das hat er auch schon anderen beigebracht, das Mutter Monika-Spielen. Zum Beispiel einem gewissen John Lennon. Das war damals 1961. Damals hatte er Bruce Chanel begleitet auf einer Tour, der damals mit Hey Baby einen großen Hit hatte. Und im Vorprogramm spielten die Beatles. Im Vorprogramm wohlgemerkt. Und dann kam John Lennon hinter die Bühne und fragte ihn, ob er ihm was zeigen könnte, wie man richtig Mutter Monika spielt. Daraus wurde dann der Beatles-Hit Love Me Do. Wir hören heute Abend aber Delbert McClinton und ich kann Ihnen versprechen, es wird eine Nacht mit Rhythm & Blues. Hier ist er. Und dann kam John Lennon hinter die Bühne und fragte ihn, es wird eine Nacht mit Rhythm & Blues. Daraus wurde dann die Bühne und fragte ihn, es wird eine Nacht mit Rhythm & Blues. Vielen Dank.